A-R-V-I-S 120 Sozialstunden, richtig? Mhm. Das Ganze hier ist eine ehemalige Schule. Wurde uns für das Wohnprojekt zur Verfügung gestellt. Oh, sagen wir mal. Was hat Ihnen geliefert? Die geliefert, was? Das war das erste Mal, dass ich was mit jemandem wie dir hatte. Ja, eigentlich stehe ich gar nicht so auf Ausländer. Arabi? Na, iranien hast du. Mein Jeziadim. Was hast du mir gesagt? Was hast du mir gesagt? Nein. Es tut mir leid. Ich frage mich, dass ich viele Dinge habe. Es ist gut, dass es nicht notwendig ist. Ich weiß nicht. Hast du mal eine Schutz Ehe nachgedacht? I'll see you! I'll see you! I'll see you! I'll see you! I'll see you!